Okay, also er schmörgelt eine Red Bull-Dose ab, dann tut er Granulat in Wasser und dann packt er die Red Bull-Dose da rein und dann sollte nach ein paar Stunden so aussehen, hä, als ob. Ich habe hier nämlich noch irgendwo eine, ah, da, Red Bull-Flasche. Dann brauchen wir nur Rohrreiniger, so ein Schleifding, natürlich Handschuhe und einen Behälter. So, und jetzt muss ich das erstmal hier komplett abschmörgeln. So sieht das Ganze aus, nachdem ich das jetzt ein bisschen abgeschmörgelt habe. Das sollte auf jeden Fall reichen, um zu gucken, ob sich die auflöst. So, das packe ich jetzt hier rein und jetzt kommt noch was Granulat dazu. Einfach was davon rein. Das fängt einfach sofort hier an zu reagieren. Seht ihr, dass diese ganzen Luftbläschen, die hochsteigen und das knistert auch so komisch. Okay, das Ergebnis ist wirklich krass. Wenn du nicht mehr bis morgen abwarten kannst, dann schau jetzt mein neuestes YouTube-Video, der Link ist in den Kommentaren. Da habe ich es nämlich schon fertig gemacht und du wirst auf jeden Fall überrascht sein.